Das ist Vincent. Vincent macht seinen Führerschein und steht kurz vor der praktischen Prüfung. Er kann schon recht gut fahren, aber ab und zu macht er eben noch Fehler während der Fahrt. In jeder Stadt gibt es Stellen, die heikel sind und bei denen fast jeder Fahrschüler schon oft durchgefallen ist. Da es immer wieder die gleichen Stellen sind, hatte sein Fahrlehrer eine klasse Idee. Mit einer Kamera bewaffnet hat er für alle Fahrschülerinnen und Fahrschüler diese Stellen gefilmt und sofort ins Driverscam-Portal hochgeladen. Vincent freut sich. Er kann ab sofort jederzeit diese Stellen online lernen und sich wieder und wieder anschauen. Das bringt was, auch für andere Gefahrenstellen und es sensibilisiert Vincent. So kann er auch einfach die folgenden Praxistests beantworten. Das Lernen hat was gebracht. Selbst bei schwierigen Stellen bleibt Vincent locker, denn er kennt die Gefahrenstellen und weiß, wie er sich auch in ähnlichen Situationen verhalten muss. Prüfung geschafft. Führerschein bestanden. Driverscam. Einfach. Sicher. Lernen.